München und Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garsching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. Ja, herzlich willkommen zum VfR-TV. Ich darf euch begrüßen in dem Jahr 2017, gleich mit einer Sondersendung, weil neben mir steht der Lirem. Hallo Lirem, ich begrüße dich. Lirem ist ein Neuzugang. Lirem, erzähl uns kurz, wer bist du, wo spielst du? Also ich bin der Lirem Kelmendi, ich komme aus der Jugend von 60 München, habe dort sieben Jahre gespielt und jetzt heißt es VfR. Warum VfR? Es ist ein Klub in der Nähe von München und ich bin ein Münchner Burr. Das heißt, es ist ein familiärer Verein und deswegen habe ich mich für VfR entschieden. Was erhoffst du dir von der Rückrunde? Natürlich so viel Spielzeit wie möglich, am besten Schammspieler und natürlich so viel Spiele gewinnen wie möglich. Wunderbar, danke dir dafür. Ja, von einem Neuzugang zum nächsten Neuzugang. Ich darf begrüßen Orkun. Hallo Orkun, ich grüße dich. Kannst du uns auch kurz ein bisschen was von dir erzählen? Ja, ich bin Orkun Tokbay, bin 21 Jahre alt, komme aus München. Habe davor bei 60 München in der Jugend gespielt, 10 Jahre. Und dann bin ich zu Augsburg gewechselt, dort habe ich vier Jahre gespielt. VfR, warum VfR? VfR, weil die haben eine super Hinrunde gespielt und das hat dann auch alles gestimmt mit dem Team, mit dem Trainer. Das war wie VfR-Sorge. Was erhoffst du dir von der Rückrunde? Von der Rückrunde erhoffe ich mir viel Spielzeit und dass wir so weitermachen wie in der Hinrunde. Wunderbar, dann sage ich danke erstmal dafür. Viel Spaß noch beim Training. Danke. Ja, die beiden Neuen haben sich vorgestellt. Wir werden sehen, was sie uns alles zu bieten haben in der Rückrunde. Mal schauen, was sie alles können. Wir sind gespannt. Ihr erfahrt mehr beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen und danke euch.